Und wer könnte besser Schach spielen als ein Faultier? Hey, hier meine lieben Kreativen und herzlich willkommen hier bei meinem kleinen Zeichnerkanal Dexter Design. Ich bin Dexter, Grafiker, Illustrator und es ist Inke Tober. Und das bedeutet, dass ich dieser Zeichner-Challenge mich anschließe und jeden Tag eine kleine Zeichnung mache. Und das Ganze aber digital. Wer mehr darüber wissen möchte, kann im Internet nachgucken bei jakeparker bei inktober.com und sich darüber informieren. Jeden Tag eine Zeichnung ist die Kurzfassung und einen Begriff gibt es dazu. Und der heutige Begriff ist das Wort Match. Ich habe Match jetzt nicht direkt übersetzt oder nur so ein bisschen. Und hier seht ihr die Übersicht über mein Brainstorming. Wo bin ich hängen geblieben? Bei Schach. Schach ist was, was ich selber früher gespielt habe. Ich habe überlegt, dass ich Schach mache und ein Faultier zeichne. Und Schach ist ja ein Spiel, wo auch der andere immer warten muss auf den einen Zug des anderen. Und wer könnte besser Schach spielen als ein Faultier? Für euch aber im Zeitraffer wesentlich kürzer. Aber so hoffe ich doch. Und ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn ihr dran bleibt. Weitere winner! Überle менее. Bis dann. Genau, alles! Weitere всех! Bis zum nächsten Mal. 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 Ich fasse. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal,